So, mal wieder eine Ballgewöhnungsübung, nennt sich der Scheibenwischer. Wieso? Weil wir den Ball gleich hochwerfen und zwischen Hand und Ball mit unserer anderen Hand durchwischen. Sieht dann so aus. Davon machen wir 10 auf jeder Seite. Los geht's. Wenn das so schwierig ist, der kann den Ball auch höher werden. Dann viel Spaß bei der Übung und wir sehen uns.